So, hallo und jetzt kommen wir wieder zurück zu Mirror's Edge, ja, ich leg hier gleich weiter los, äh, ich hab gerade eben ne kurze Pause gemacht, weil, ich zu dumm bin für das Spiel, das war's auch wieder von mir, hold right nach jetzt, ähm, weil ich jetzt in zwei Stunden oder drei Stunden nach hintereinander aufgenommen habe und deswegen hab ich eben ne kleine Pause gemacht gerade eben und ja, jetzt hab ich alles in slow mode, ah, da muss ich lang. Oh, alle, ja, zack, das sind ja hohe Straßen, okay, da muss ich lang, irgendwo, das sind ganz normale Bürger, bist du, in den Bereichen drei und vier müsste es einen Weg auf die Überführung geben, okay, ähm, ja, das ist meine Stimmen gerade abgekackt, Oh, was war's? Niedrige Deckenhüse, Vorsicht. Der Funk läuft über, da kommen noch mehr Kops. Warum? Oh, so, wir laufen zur falschen Seite. Auch nicht. Auch doch. Nee. Da runter. Werft eigentlich hier lang? Komm. Die können mich eigentlich sehen. Da fahr ich mich gerade. Lauf am Gleis vier runter zur nächsten Zugangstreppe. In deiner Nähe willst du eine Gasse geben. Da solltest du wieder hoch um den Dach hervor. Gut. Oh, nee. Aua. Die Gasse ist genau da, wie du siehst. Nimm sie. Oh. 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 Komm. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Ich werde hier durchbrechen. Ich gucke gerade nicht nach links und rechts und so, aber... Oh, die Schütt. Äh. Noch schon? So Das wäre für kurze Zeit safe Mal gucken was hier alles kommt The Curve of your dreams Okay Grand Opening Okay Ey ist das denn Also wenn das irgendwie in Russland wäre oder so Oh Gott Das Wir in Amerika Was ist in Amerika Keine Ahnung wo das ist Komm Ist jetzt auch Oh Ist es auch egal Muss auf jeden Fall hier hoch Und hier lang Können so machen Aua Kann ich eigentlich abrollen Hab dann aber springen gedrückt Roll mich ab Hö Kann ich hier hoch Ah komm ich nicht ganz hoch Aber hier komm ich hoch Oh ja So Und abrollen hilft ehrlich ne Also nicht nur im Spiel Was sag ich das eigentlich Ah scheiße Ich Idiot Gerade zu wenn es bit Noch da hoch Noch nicht Und da Aber da ist viel cooler Ich gehe da hoch Und hier irgendwie viel cooler Ist so Oh shit Jetzt können wir richtig holen Kommst in Stellung Du musst wohl gegen sie kämpfen Oh ne Oh ne Ich noch einmal Kann ich einfach so runterspringen Okay konnte ich Äh Drück niemals B Direkt Wenn du Nicht Richtung Untergrund bist Weil das Ganze blüht Ah fuck Ich muss den direkt entwaffnen Das ist ein bisschen blöd Dass ich nicht gegen sie kämpfen kann Das wollt ihr Also Ich will wohl gegen sie kämpfen Aber ich kann ja nicht gegen sie kämpfen Weil die ja ein bisschen zu stark sind Für mich Bewegung Bewegung Angreif Ah Ich mach mich aber schnell down Ich bin ein bisschen zu schnell Aber Sonst geht's eigentlich Ich hab 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 Okay Ich muss jetzt Ein bisschen taktisch Aufregeln Jetzt kannst du mich hier wieder küssen Hallo Bam Was ist noch da Ach Noob Ihr Noobs Ihr Ihr könnt ja gar nichts Wo muss ich lang da Na ich muss Soll ich einfach da hoch Achso Hab ich gar nicht gesehen Das hab ich hier gar nicht gesehen Kann ich eigentlich hier hochstehen Ja kann ich Cool Was soll hier runter Beziehungsweise Hier hoch Oder ich muss doch hier hoch Oder Ihr müsst doch bestimmt hier hoch Ich bin jetzt safe Ich denke mal dass es safe heißt Okay 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 Ist noch jemand Nicht Feuer Horse Sind wir jetzt in Japan Ach komm Ich weiß nicht wo Ich denke dass wir in Japan sind Weil das so In Japan Das kommt von hier Ach komm Leck mich doch Jetzt auch egal Wo das herkommt Nein Nicht wo das herkommt Sondern wo das spielt Besser gesagt Wo es herkommt Ist ja klar Von hier Und nicht wo das spielt Oder ich hab's vergessen Und wurde am Anfang gesagt Kann auch sein Kommt das denn her Meine Güte Ach nicht Mann Und wer Na halt Wo spielt das denn Ich muss gleich jetzt mal googeln Ich denke mal im Japan Was irgendwie so japanisch aussieht Oder die Stadt Okay Ich muss da lang Alle hopp Okay Ich mache Ich mache Wall Jump Ich mache Ich mache Benni Benni Ich sollte springen Ich breche mir alles What the fuck Ich habe gar nicht auf springen gedrückt What the fuck Nö Jo Überbelichtung für den Winn Ich sollte nicht schießpringen Überbelichtung Ich bin so fucking awesome Oh mein Gott Ich bin ja richtig stolz auf mich Ich bin so fucking awesome Oh ja ja Oh ne Ja das ist cool Und den hier Puff Puff Ne So ich sollte da oben hin Ich hätte sie auch einfach umgehen können Aber ich fand es witziger die zu schlagen Sie haben sich verzogen Jetzt müsstest du reinkommen ohne beschossen zu werden Ich kann da gar nicht rein Ich will da gar nicht rein Leute Jetzt kann ich das mal versuchen Ohne dir zu tönen Ich kann da auch mal ein bisschen Non-Violent spielen Sie haben sich verzogen Jetzt müsstest du reinkommen ohne beschossen zu werden Okay Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen Ich kann auch von da oder nicht Ey da oben ist ein Flugzeug Ich habe gerade eben gesehen so Augenblicke Das muss los Das muss los Das muss los Sie haben sich verzogen Jetzt müsstest du reinkommen ohne beschossen zu werden Ah Warum springst du von der Wand ab? Süße Junge Das geht ihm ja nicht auf den Sack ey Meine Fresse Dumm Wichser Boah ich mach das einmal ganz einfach Ich will das jetzt cool machen Sie kann ich ja schon was können Sie kann ich ja schon was können Sie haben sich verzogen Jetzt müsstest du reinkommen ohne beschossen zu werden Okay Okay Und wie komm ich da rein? Das ist die große Frage Okay Not zu halten die Spangen Sie haben sich verzogen Jetzt müsstest du reinkommen ohne beschossen zu werden Okay Jetzt habe ich es geschafft Äh Ist auch ein Krampf gerade eben Ich dachte jetzt sterbe ich Ich hätte geweint Hättet ihr mal einen Let's Player weinen sehen Wein hören Ihr hättet mich nicht daran gesehen Ihr hättet mich daran nicht gehört Weil Kein Face kann man und so Ab Uäh Nein Äh Äh So So Guck mal Geil grün ist Ich hab das cool so Striegel gehalten Und dann manchmal so nur Coolen Sachen Sieht echt cool aus Man kann ja Hey Muss ich auch wissen Hier? Ja Sieht so aus Bank Credit National Do you? Fick dich New Eden Mall Okay Okay Man kann Okay Hey So